Fliegen wie Peter Pan Schießen wie Lucky Luke Stark sein wie Hulk und am Ende wird dann alles gut Ja, Falco. Ja, äh, doch. So ein bisschen Falco hat das schon in sich, ne? So, jetzt muss ich aber rüber. Lässt mich irgendeiner rüber von euch, Bruder? Dankeschön. Sehr geil. Freue ich mich. So, wir sind gerade in Deutschland übrigens. Wir haben noch 1249 Kilometer Richtung Polen, ja, bis zu unserem Ziel, 18 Stunden sind das noch, 18 virtuelle, ja, geil, hier endet die Spur einfach, man kennt die. Nice. So, jetzt kann ich aber gleich rüberfahren, oder? Ah, noch nicht? Jetzt kann ich rüberfahren. Geil. So. Der Zech, der ist richtig ausgeschwungen, der Zech. Ich hoffe doch, äh, schlaf gut. Ja, gute Nacht. Und vielen, vielen Dank fürs Dabeisein natürlich an alle, die pennen gehen. Es war mir heute eine Ehre. Chat lesen, weiß ich nicht, ob das Punkte gibt, keine Ahnung. Könnt ihr ja eigentlich nicht machen, ne? Da gibt's bestimmt keine offizielle Eintragung für im Flensburger Strafzettelkatalog. Aber 112 hat, wo nur 80 erlaubt ist für LKWs, das gibt bestimmt ordentlich Punkte. Aber ich gebe jetzt mal ein bisschen Stoff hier, weil ich, ja, einfach mal ein bisschen Gas geben, mal ein bisschen Kilometer gut machen. So läuft das. Bitte was? 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 Sehr geil. Sehr geil, Christina. Sehr schön. Sehr gut. Oh, 560, na, Kaffeekasse. Gar kein Problem. Ich hab mir davon damals tatsächlich die CD gekauft. Ich fand das wirklich mal gut. Ich find's auch immer noch gut. Fällt sich an wie Bibi, ne? So ein bisschen. Ich fahr hier, als würd ich irgendwie mit einem Lambo über die Autobahn fahren. Okay, es ist ein Moment. Es ist ein Moment gut. So. 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 I can beg on my knee Come jump in, bimbo friend Let us do it again Hit the sound, fool around Let's go party You can touch You can play Es ist aber auch ein Lied, wo du immer mit dem Bein mitkippen musst, ne? Das ist so krass Alle haben über den Song gelacht, aber... Ja Hm Ups Come on Barbie, let's go party Ha, 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 yeah Come on Barbie, let's go party Yeah, yeah Come on Barbie, let's go party Ha, 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 yeah Come on Barbie, let's go party It's so fantastic You can brush my hair Unbreath me everywhere Imagination Life is your creation Come on Barbie, girl In the Barbie world Life is laughing If I'm done You can brush my hair Unbreath me everywhere Es ist schön zu sehen, dass es noch andere Leute gibt, die den Text auswendig können Unfassbar Oh, ja Bruder, was ist los mit dir? Hey Fährt einfach wieder rüber Komm, aber machen Barbie, let's go party Oh, oh, oh Oh, I'm having so much fun Well, Barbie, we're just getting started Oh, I love you Well, Barbie, here's my penis Was? Was? Nein Nein Musikwunsch von der Katila Und wir haben einen nächsten Musikwunsch Oh Es ist ja Zwei, Nexus Geil Zwei Also Jetzt ernst Verkehrs nachrichten Mit Nexus Oh, ach ja So 1.31 Europa 2 Multiplayer Äh, ETSV Kalil-Düisburg-Strecke 155 Spieler zur Zeit Erstart sich in beide Richtungen Und dann die Stadt Kalil Zurzeit 95 LKWs 95 LKWs, ja man kennt die, geil Ist auch bald Wochenende, die dürfen da nicht mehr fahren Das selbe in Duisburg mit 50 LKWs Krass Krass Wie viel passen auf so einen Server da drauf Das ist ja heftig Wow Wenn ihr noch was gesehen habt Checkt es uns schnell in Studio www.7ratte1.de Slash Post Wir wünschen euch eine unfallfreie Fahrt Ja Jetzt sieht's gut aus So Und jetzt schauen wir mal ins Post Wach Da haben wir euch etwas von Otto von Bismarck Das ist natürlich die originale Otto von Bismarck Der lebt nämlich noch War damals nur Natürlich Wer besser gestorben ist Der lebt immer noch Der guckt mal in den Streams Ist klar Oh ja, ja Ja Auch geil Auch geil Ihr habt einen sehr genialen Musikgeschmack Muss ich sagen Ich frag mal, ob ich auch sowas einsingen darf Und das dann da hinschicke So ein Overjingle, weißt du So was dann als Übergang genutzt wird Ich glaub, das mach ich Ich frag die Jungs mal Ob die das haben wollen Ob die das, ob da Interesse bestünde Simulator 1 Ich mach das Ich frag die Jungs mal Ich frag die Jungs mal Die haben aber schön Bock drauf Oder einfach nur so ein Simulator 1 Ich frag die Jungs mal in den Streams Wenn ich links fahren kann, dann kann ich auch in der Mitte fahren Dann kann ich nämlich nix Ach komm Ist doch nicht dein Ernst jetzt Das fährt dann einfach rüber Ey, was ist denn los mit dir? Ähm Was er ich sagen wollte Ich hab auch schon im Blick Ich hätte auch Bock Irgendwie so Diablo oder sowas zu zocken So Wenn wir Diablo 2 oder Diablo 3 oder sowas Wär halt auch irgendwie schon sexy Ich mein, so im Let's Play kommst du da ja irgendwie gar nicht zu Weil Ist ja mal ganz ehrlich Das würde sich im Let's Play keine Sau angucken Ja Ich hab zwar mal Diablo 3 Let's Play Und auch Diablo 2 Das war einer meiner ersten Let's Plays tatsächlich Oh, ich fahr lieber außen Diese Kurven fahr ich lieber außen Ähm Aber Das wird sich halt echt keiner mehr angucken Ja Und ich bin bei YouTube mittlerweile so weit angekommen Dass ich natürlich schon auch ein bisschen gucken muss Äh Dass natürlich die Klicks insofern stimmen Also ich würde jetzt Nicht für Klicks alles tun und über Leichen gehen Und irgendwie Naja, ihr wisst ja was ich meine Äh, aber Man muss halt schon ein bisschen gucken Dass schon auch die Klicks ein bisschen stimmen Also schon das spielen, was man spart Was natürlich immer noch Spaß macht Gar keine Frage Ja, wir müssen pennen Ähm Schon auch noch das spielen, was Spaß macht Ist klar Aber halt Wenn man das halt verbinden kann damit Dass man das spielt, was Spaß macht Und auch gerne geguckt wird Ähm Dann ist das natürlich schon nicht schlecht Ja Und äh Diablo wird sich halt leider keiner angucken Aber Ja, Diablo 3 wäre halt schon nice Oder Path of Exile Da habe ich gerade im Chat gelesen Wäre halt auch Nicht uncool Ja Ja, mal gucken Also wir werden ja künftig jetzt Also diesen Monat Also jetzt nächsten Freitag Und übernächsten Freitag Ist es tatsächlich so Dass ich nochmal streame Ja, also Dienstag ganz normal Zelda stream Und danach dann Quasi der normale Streamplan Sieht vor Wirklich auch mal konstant jetzt Ja, also wirklich konstant So konstant Wie der Name Konstanze Ähm Dann kann man sowas ja mal angehen Vielleicht Ja, also wie gesagt Der Plan sieht vor Wirklich Dienstag Zelda Äh Dienstag selber Streamchen Und dann Donnerstag Ist halt immer irgendein Random Stream Wo man mal PUBG spielt Mal ein bisschen Rocket League Mit Curry oder sowas Oder halt auch so Sachen wie Einfach mal Path of Exile Grimdawn oder Diablo Ja So ne Geschichten halt Ja Ich hoffe ich kann das durchziehen Ich hoffe ich krieg das hin Aber eigentlich Müsste da nichts dagegen sprechen Ja Sollte eigentlich alles schon hinaus Ja Rocket League mit dem Curry Macht richtig Laune Rocket League allgemein ist geil Ja So das könnte ich 24x7 spielen Ich hätte jetzt auch vorhin noch locker Drei Stunden weiterspielen können Ohne Probleme Okay wir müssen echt dringend pennen Das ist schon rot Das kann passieren Dass wir gleich eine Strafe kriegen Dafür dass wir das halt eben Ich geb mal grad ein bisschen Stoff Freunde Wir müssen dringend an so ne scheiß Raststätte Das gibt's doch gar nicht Gibt's hier keine oder wat Ja wie gesagt Ich hätte das jetzt auch noch Stunden weiterspielen können Der gewährt ein Tempomat Jaja natürlich Den mach ich auch eigentlich meistens an Toto mit Afrika Jetzt ist meine Co-Moderation Gerade weggelaufen Um auf Toilette zu gehen Ja Also Nexus Ich hoffe Und nehmt aber gleich das ganze Equipment mit Ich hoffe du hattest viel Spaß Auf der Toilette Ja also nicht das Was Hä Wie Bauchstelle So Ich hoffe man er hat seinen Penis nicht berührt Als er auf die Toilette gegangen ist Knapp Musikwunsch haben wir auf jeden Fall genug Und ich weiß dass sich jemand Mambo Nummer 5 gewünscht hat Oh ja Der Dich ist auch richtig Bock Geil Blitzer Super Musikwunsch Feier ich Danke dafür Noch nicht Okay Ich hab Bock auf ne scheiß Raststätte Alter das gibt's doch gar nicht Genau Dass du noch auf deinen Stuhl passt ne Das ist auch was Ey also Nein 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 Nicht schlafen Langsam echt Ja Neun von zehn Leuten finden Mobbing Simulator 1 in Ordnung Danke mehr Simulator 1 Find ich gut Oh Ja Mal wieder zum Wach werden noch ein bisschen Also der Musikwunsch für die Sabine Habt ihr auch noch ein Schicken wir uns Simulator 1.de Slash Post Könnt aber ein bisschen dauern Ich muss Trinken schaffen Stunden 1 2 3 4 5 Everybody in the car So come on Let's ride to the liquor store I run the corner The boys say they want some gin and juice But I really don't wanna Be a buzz like I had last week I must stay deep Cause talk is cheap I like Angela Pamela Sandra And Rita And as I continue You know they're getting sweeter So what can I do I really bag you my lord To me flirting is just like a sport Anything climb It's all good Let me dump it Let me sing in the trumpet A little bit of Monica In my life A little bit of Erica By my side A little bit of Rita That's all I need A little bit of Tina That's what I see I think I think I think I think That's all I need to I think But really A little bit of Mary All night long A little bit of Jessica Here I am A little bit of you Makes me your man Good, good, good A little bit of a A little bit of a A little bit of a Oh, there's another action Da drüben Oh, yo, yo, yo Aber kommt hier keine Raststätte, Alter Das kann doch nicht sein So, wo sind wir denn gerade? Äh, hallo? Wo sind wir denn gerade? Neben Da Da noch ne Tanke Ah, da kommt gleich was Alles klar Okay Geil Trumpet? Achso, Trompete Oh, was mach ich denn? Hä, wann fällt das Auto noch? Oh, jetzt aber Okay Geil Getankt 600 Liter 684 Euro Das wär'n Träumchen, wa? Alter Geil Ja, kann ich hier nicht pennen, oder wat? Hallo? Oh, Bigger Das ist Mango Number 5 Nächstes Heute Abend ist deine fünfte Mango, oder? Hm, ja Mein fünfte Mango Richtig Ja, gut Ich will mich auch gar nicht Ich will mich mal essen kümmern, das sieht mich nämlich nicht Aber was mich immer interessiert sind die Musikwunsch nämlich von Daniel Zum Glück sind das, heißt das nicht Mongo und einfach fein Ah, Alter, mir tut mir das steißfein weh, ne? Glaubt ihr gar nicht Junge, Junge, Junge Ich will euch noch viel Spaß Und grüße Daniel Vielen Dank für den Musikwunsch Kriegen wir hin Die Ärzte mit Schrei nach 700 Euro für Benzin Ja, aber da hast du auch 600 Liter, ne? Mach das mal Tank mal heute bei den Preisen, die wir aktuell haben Tank mal für 600 Liter und guck mal, was du dann hast Da hast du wahrscheinlich fast 1000 Euro Müsste so ungefähr hingucken, oder? 1,40 Ah, so 900 bis 1000 Euro Ach, die Ärzte Nice Ach du Scheiße Was hier passiert? Unfall, oder was? Ich muss auf jeden Fall rüber Entschuldigung Lauter, alles klar Was soll all der Terz Unterm Lorbeerkranz mit Eichel Weißlich schlägt dein Herz Und Romantik ist für dich Nicht bloß graue Theorie Zwischen Störkraft und den Onkels Steht ne Kuschelrock-LP Deine Gewalt ist nur ein stummer Ja gut, ich hab von normalem Super Benzin gesprochen Nicht von diesem Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit Oh, 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 Arschloch Hat das Curry gesungen, oder was? Arschloch Sehr gut Oh, 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 warte Weil du Probleme hast, die keinen interessieren Weil du Schiss vom Schmusen hast Bist du ein Faschist Du musst deinen Selbst, das nicht auf andere projizieren Damit keiner merkt, was für ein lieber Kerl du bist Oh, 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 oh Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit Du hast nie gelernt, dich artikulieren Und deine Freundin, die hat niemals für dich Zeit Oh, 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 oh Arschloch 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 Der offizielle Das ist die offizielle Currywursthymne, Alter Arschloch Geil Oh, das Ende nochmal Schön Groß Nexus Pfeif mal mit Geil Erkann das, der Junge Danke Nexus, Alter Das ist, glaube ich, Pfeifer bei Hollywood Bist du eine richtige Pfeife, Junge Du bist die Pfeife der Nation, Alter Du bist selber eine Pfeife Du bist selber eine Pfeife Da geht's um Musikwünschen, nämlich von Björn Der hat sich hier einen Supersong gewünscht, nämlich Die Atzen Das geht ab Kann man machen, ne? Das geht ab Du musst auch mal den P ein bisschen hochstellen, damit man auch wach bleibt Ja, so ist das So ist das, oder ihr hört euch einfach nicht Was ist eine Nasenfüllte? Kazuki Ist das Ich hab dieses Gefühl, das wird hier heut'n Riesending Das ist die Party des Jahres Ja, das sagt mir mein Instinct Heut' sind alle dabei, es haben sich ja alle getroffen Wir feiern bis zum... Hört sich an wie Elektroshitte, nur in schlecht Ram Zero, vielen, vielen Dank und herzlich willkommen Du verkackt, denn die Party geht erst los Wenn die Bässe richtig pumpen, bis in jeden Hinterhof Das ist Atzenmusik Bei uns, da brennt jeder Club Es wird gefeiert wie noch nie Schweig die Hände in die Luft Hey, hey Das geht ab Wir feiern die ganzen ab Die ganzen, hey Das geht ab Dann kleb es doch wieder dran Dann kleb es dran Das geht ab Benutz doch Mathesafix Pisaafix Das geht ab Wir feiern die ganze Nacht Die ganze Nacht Heute sind wir nicht alleine Heute wird nur noch gefeiert Alle Atzen sind dabei Das ist das absolute Highlight Die Löcher fliegen durch den Käse Blankenese, Polonaise Lass die Sau mal richtig raus Denn heut gibt's keine Pause Deutsche Partyarzen machen Faxen und sind laut Wir sind auf jeder Party Wir haben viele Autos geklaut Wir haben den Mob mitgebracht Wir toben mit in der Menge Wir rasten richtig auf Wir schlagen voll über die Stränge Die Frauen sind hier sehr freizügig Sie zeigen, was sie haben Wir sind bekannt für wilde Partys Und das schon seit vielen Jahren Hey Hey Das geht ab Benutz doch Mathesafilm Das ist schlecht, ne? Das ist geil Das geht ab Wir feiern die ganze Nacht Die ganze Nacht Hey Das geht ab Wir tanzen zu Wap, wap, wap Oh, das geht Das geht Das geht ab Wir disliken Wap, wap, wap Das geht auch Geil Geil Find ich gut Find ich gut Gefällt mir Das ist eigentlich der Antwort von irgendeinem Helene Fischer Song Das geht ab Ich muss auf die andere Spur Oh, das war knapp Das geht ab Wir feiern die ganze Nacht Die ganze Nacht Das geht ab Klaze, vielen Dank Die ganze Nacht feiern wir hier So, pass mal auf Ja, wenn Tobi Ja Das war gerade ein Musikwunsch Aber ich weiß gar nicht Ich, äh Dann, der Erik Topi Der wünscht sich, ähm Disclosure mit Ganz kurz Ich mach mal kurz Pause Ich muss pinkeln Aber es muss ich mal kurz Mich mal kurz bewegen Wir fahren dann gleich Ich lass euch den Radiosender einfach an Und so alles, was hier ist Wir fahren dann gleich die Tour noch zu Ende Und dann machen wir Feierabend Ja, ich mach nochmal ganz kurz Pause Ich muss echt dringend aufs Klo Äh, ich muss mich zwar zusammenreißen Aber ja, ich bin noch wach Guten Morgen, hallo Äh, also, in diesem Sinne Warte Äh, bis gleich So Da sind wir wieder Warte, Cam noch anmachen Äh, zack So Geil Oh, warte, jetzt muss ich den Chat wieder rein Moment So Geil Ah, das ist ein schönes Lied Sehr schön Geiler Song Zombie, Alter Das ist cool Cooler Song Habe ich irgendwas verpasst? Ah, 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 ah Ne, geiler Song Zombie, Alter Mega Ich höre ich tatsächlich auch immer noch nach wie vor gerne Oh, hier geht's nach Berlin Guck mal Oh, da ist auch wieder ein Unfall Krass Finde ich geil, also Ja, ich weiß Ne, jetzt kommt gleich wieder die Mahnde Der Mahnde Finger Aber ich finde diese Events halt einfach cool Jetzt wäre es halt nur cool Wenn es auch noch ein bisschen Stau oder sowas gäbe Ja Weil das ja nicht unrealistisch ist, Stau Ne Das gehört ja schon irgendwie noch dazu Auf der Autobahn Mittlerweile Ach was, echt, die Sängerin ist auch gestorben? Ach krass Wirklich? Boah, heftig Mann, Mann, Mann Nicht schön Woran ist sie gestorben? Ist ja Alters? Ne, Altersschwäche kann ich mir nicht vorstellen So alt ist der Song doch noch gar nicht, oder? Äh, warte mal Eve 1982 Mit nem Sub Mit nem Sub geschenkt an Ali Nina hieß sie, glaub ich, ne? Geil Sehr schön Also erstmal Verkehrsmeldung von Nexus Es war 2 Uhr auf ETSV Europa Multiplayer Es ist zur Zeit 1984 LKWs insgesamt anleihen Auf Europa 2 Und Ähm, viel ist im Moment immer noch los An der Kalee-Duisburg-Strecke Dort sind 130 LKWs Stau in beide Richtungen Und dann die Stadt Duisburg mit 49 LKWs Kalee sind acht Im Moment 48 LKWs Und dann haben wir noch Nühenburg mit 20 LKWs Auch dort startet sich am Ortsausgang Wenn ihr was gesehen habt Ist immer noch gut was los In Duisburg und Kari-Kari, ne? Dingens Ne Krunkino Auch endlich ein Dankeschön Und ein herzliches Willkommen Hey Friday night, mate Friday night Geil Johnny Cash Ja, wega Ja, wega Ja, wega Da